Die Öffentlichkeit sollte ihn nur als Triumphator kennen. Überlegen. Machtbewusst. Gesund. Aufnahmen bei Kriegsende zeigen einen ganz anderen Hitler. Gebeugt. Verfallen. Zitternd. Wie krank war Hitler? Wurde er gar krank gemacht? Das legen Akten nahe, die vor kurzem in Amerika versteigert wurden und gerade restauriert werden. Sie enthalten Krankenunterlagen Hitlers und Aussagen seiner Ärzte in amerikanischer Gefangenschaft. Von Kokain ist die Rede. Von Herzbeschwerden, von Medikamentenmissbrauch. Hitlers Ärzte sprechen offen. Und schieben alle Schuld auf einen aus ihrer Mitte. Man hat behauptet, er hat den Führer krank gemacht. Und damit hat Theo Morell alles Leid verursacht, was in diesem Krieg über die Menschen gekommen ist. Für die Kollegen ist er der Schuldige, Theodor Morell. Zehn Jahre lang war er Hitlers Leibarzt. Im Verhör gibt er zu, seinem Patienten 28 verschiedene Substanzen verabreicht zu haben. Das ist schon ungewöhnlich, was Morell ihm da an Medikamenten angeboten hat. Aber Hitler war auf Medikamente eigentlich immer ansprechbar. Auch auf solche, die süchtig machen. Opiate, Morphine, Barbiturate. Bis zu acht verschiedene Medikamente am Tag. Ein brandgefährlicher Cocktail, wie Ärzte heute meinen. Sie führten zu einem ständigen Auf und Ab. Ich glaube nicht, dass Hitler von 1942 bis 1945 auch nur einen Tag in normaler geistiger Verfassung war. Ein Diktator auf Droge? Kaputtgespritzt von seinem Leibarzt? Die Alten bei Berchtesgaden. Hitlers Refugium. Hier auf dem Berghof versammelt der Diktator die, die ihm nahestehen, wie seine heimliche Geliebte Eva Braun. Zur engsten Entourage gehört seit 1936 auch Dr. Theodor Morell, ein prominenter Arzt aus Berlin mit Praxis am Kurfürstendamm. Empfohlen hat ihn einer seiner Patienten, Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann. Hoffmann hatte eine Geschlechtskrankheit und Morell hatte sie behandelt. Hoffmann hatte einen guten Eindruck von diesem Arzt. Einen guten Arzt kann Hitler brauchen. Bis 1936 war er nie ernsthaft krank. Doch jetzt plagen ihn Magen-Darm-Probleme und Ekzeme an beiden Beinen. Die SS-Ärzte können nicht helfen. Morell weiß Rat. Er verschreibt Hitler Mutaflor. Ein neues Mittel gegen Reizdarm. Die Magenschmerzen lassen nach, die Ekzeme verschwinden. Hitler ist beeindruckt und macht Morell zu seinem Leibarzt. Nicht alle in seiner Umgebung schätzen den Neuzugang. Herr Morell war sicherlich kein angenehmer Mensch. Er war unsauber, er hatte schlechte Tischmanieren, kleckerte, schlief beim Essen ein, schnarchte laut in Gesellschaft. Und Morell wurde beneidet um seinen direkten Zugang zu Adolf Hitler. Zudem von allen geliebten Führern. Demzufolge wurde Morell natürlich von anderen missgünstig beurteilt. Weil sie hätten das auch gern gehabt, diese Nähe zu Adolf Hitler, diese vertrauten Stunden zu zweit. Ab jetzt ist Morell ständig in Hitlers Nähe, auch im Krieg. Für den Diktator ist er unverzichtbar geworden. Beim Sieg über Frankreich 1940 darf sich der Leibarzt mitfreuen. Und einen kleinen Anteil für sich reklamieren. Reichs Spritzenmeister tituliert ihn Göring spöttisch. Mit täglichen Injektionen hält Morell den obersten Kriegshahn fit. Was sie enthalten, ist streng geheim. Der Berliner Medizinprofessor Hans-Joachim Neumann hat Morells Behandlung anhand von dessen Notizen rekonstruiert. Sie beginnt mit harmlosen Substanzen wie Traubenzucker, in der Fachsprache Glucose genannt. Seine Basistherapie bestand aus einer 10- oder 20-prozentigen Glucoselösung. Die Glucose fördert die allgemeine Kräftigung und führt zur Zufuhr von Kalorien. Auch in Hitlers Ernährung mischt sich Morell ein. Schon seit den 20er Jahren ist Hitler Vegetarier vermutlich, um seine chronischen Verdauungsprobleme in den Griff zu bekommen. Auf Morells Rat stellt Hitler eine Diätköchin ein. Sein Speiseplan wird jetzt abwechslungsreicher. Ein typischer Tag beginnt mit Müsli und Multivitamin-Tee zum Frühstück. Mittags Nudelsuppe, Blumenkohl und Kartoffelbrei. Nachmittags Schokolade und Gebäck. In puncto Essen folgt Hitler dem Rat seines Arztes, zumal der ihm auch den geliebten Apfelkuchen erlaubt. In Sachen Ernährung ließ sich Hitler reinreden, aber dass man ihn hätte überreden können, Sport zu treiben oder lange Spaziergänge zu unternehmen, das war nicht der Fall. Statt Sport zu treiben, schluckt Hitler lieber Morells Pillen. Vor jeder Mahlzeit nimmt er Vitamine und Mittel gegen Blähungen zu sich. Wirklich krank fühlt er sich dabei nicht. Das war wichtig für Hitler, um fit zu sein, um jeden Tag wieder regieren zu können, um jeden Tag Entscheidungen fällen zu können. Er hat es nicht als Behandlung einer Krankheit gesehen, sondern als medikamentöse Unterstützung seines Fitnesszustandes. Man könnte vielleicht sagen, es war eine Art Doping, das Morell da durchgeführt hat. Ein Doping, das süchtig machen kann. Gegen Magen-Darm-Beschwerden verordnet Morell Eukodal, ein Morphium-Präparat. Gegen Schlafstörungen, Luminaletten und Quadronox, die Opiate enthalten. Hitlers Apotheke ist randvoll mit Schmerz-, Beruhigungs- und Aufputschmitteln. Als die Amerikaner Morell verhörten und erfuhren, dass er Hitler 28 verschiedene Mittel gegeben hatte, darunter Hormone aus der Prostata von Stieren, hielten ihn manche für einen Doppelagenten. Sie glaubten, er habe Hitler absichtlich funktionsunfähig gemacht, damit er nicht siegen könne. Im Sommer 1941 aber scheint der Sieg noch in greifbarer Nähe. Hitler befiehlt den Angriff auf die Sowjetunion. Unternehmen Barbarossa. Über drei Millionen Soldaten, die größte Streitmacht der Geschichte. Während die deutschen Gruppen Richtung Moskau stürmen, schlägt Hitler sein Hauptquartier in Ostpausen auf. In die Entscheidungen seiner Generäle hat er nur bedingt Vertrauen. Persönlich will er von hier den Angriff leiten. Ausgerechnet jetzt macht ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Sein Leibarzt Morell notiert, 7. August 1941, durch Telefon gerufen, solle sofort zum Führer kommen, sei ihm plötzlich schwindelig geworden. Der plötzliche Schwächeanfall zwingt Hitler ins Bett. Morell diagnostiziert eine Ruherkrankung. Dazu erhöhter Blutdruck. Doch er befürchtet offenbar Schlimmeres. In den Akten findet sich ein EKG, das Morell eine Woche nach Hitlers Schwächeanfall machen ließ. Am 14. August 1941. Anonym als Patient A, 51 Jahre, schickte das EKG an einen Herzspezialisten. Der stellt eine alarmierende Diagnose. Koronasklerose. Unter der Koronasklerose verstehen wir die Einengung der Herzkranzgefäße, und zwar der großen Herzkranzgefäße am Herzen. Es kann eine Einengung vorliegen, es kann aber auch Verschluss dieser Herzkranzgefäße vorliegen. Der Verschluss führt dann zwangsläufig zu einem Herzinfarkt, was eine sehr ernste und sehr häufig eine tödliche Erkrankung bedeutet. Doch stimmt die Diagnose? Die Kardiologin Dr. Svetlana Möller beurteilt Hitlers EKG nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die einzige Auffälligkeit in diesem EKG ist der Lagetyp, das ist der Linkslagetyp, mit hohen R-Zacken in der Ableitung 1 und tiefen S-Zacken in der Ableitung 3, was bei Patienten mit hohem Blutdruck häufig vorkommt. Vorsorglich gibt Morell Hitler Nitro-Tabletten, ein Notfallmedikament bei Herzbeschwerden. Noch zweimal, 43 und 44 lässt er EKGs von Hitler machen. Der Spezialist sieht eine Verschlechterung. Stand Hitler vor einem Herzinfarkt? Es ist eine kleine Veränderung erkennbar. Wir würden das heute nicht als so dramatisch einschätzen. Und in Kenntnis der Vorgeschichte des Patienten, in Kenntnis der Hochdruckerkrankung, die definitiv belegt war, in Kenntnis der geringer Beschwerdesymptomatik des Patienten, müssen wir ja schon sagen, dass da keine ernste Erkrankung vorgelegen hat. Eine Woche nach dem Schwächeanfall ist Hitler wieder auf den Wagen. Kurz vor dem Herzinfarkt stand er nie, ebenfalls nach heutigen Erkenntnissen. Der Krieg gegen die Sowjetunion bestimmt von nun an Hitlers Leben. Er, der bislang nur schnelle Siege kannte, muss jetzt Niederlage um Niederlage einstecken. Die Rote Armee schlägt zurück. Geschlechter der Krieg im Osten läuft, desto mehr mischt sich Hitler in die militärische Leitung ein. Der hohe psychische und physische Druck hinterlässt Spuren. Anfang 1943 notiert sein Minister Josef Goebbels, in den dreieinhalb Kriegsjahren scheinen Hitler um 15 Jahre gealtert. Zur gleichen Zeit kapituliert eine ganze deutsche Armee im Kessel von Stalingrad. Hitlers Gesundheit trotzt der militärischen Katastrophe. Noch. Nach der hohen Niederlage bei Stalingrad, wo man also nun wirklich vielleicht erwarten könnte, dass der Mann fast zusammenbricht. Das berührt ihn fast gar nicht. Das war ja mehr oder weniger fast pervers. Hitler war gesund wie jahrelang nicht. Also nach der Schlacht bei Stalingrad. Ironie der Geschichte? Oder hat Morell Hitlers Gesundheit massiv nachgeholfen, wie manche vermuten? Dafür gibt es Indizien. Im Juli 1943 fliegt Hitler nach Italien. Kurz zuvor sind in Sizilien amerikanische Truppen gelandet. In Oberitalien bei Belluno trifft sich Hitler daher mit seinem alten Verbündeten, dem italienischen Diktator Benito Mussolini. Ein heikles Treffen. Die alliierte Übermacht vor Augen droht, der italienische Verbündete die Seiten zu wechseln. Das will Hitler unbedingt verhindern. Von dem Geheimtreffen in der Villa Pagani-Gaggia gibt es nur Fotos. Den Anwesenden bleibt die Begegnung dennoch in besonders denkwürdiger Erinnerung. Hitler versuchte, Mussolini davon abzubringen, aus dem Krieg auszuscheiden. So hat Mussolini überredet, hat ihn plattgeredet. Und das erschien Außenstehenden als sehr energisch, als hyperaktiv, als fast schon krankhaft. Selbst als die Nachricht eintrifft, Rom sei von den Alliierten bombardiert worden, hält Hitler nicht im Reden inne. Peinlich berührt wandte man sich ab, schreibt später ein Begleiter Hitlers, General Walter Warlimund. Doch Hitler hält das einseitige Gespräch für einen Erfolg. Zurück in Deutschland bedankt er sich dafür bei Morell. Dessen Hilfe sei alles zu verdanken. Tatsächlich hatte ihn Morell vor dem Treffen Vita-Multin-Täfelchen gegeben, in goldener Verpackung. Eine Sonderanfertigung für Hitler. Sind sie der Schlüssel zu Hitlers auffälligem Benehmen? Diese Täfelchen, die konnten Pervitin enthalten, mussten es aber nicht. Das ist unsicher. Das liegt auch daran, dass Morell die Zusammensetzung der Täfelchen und damit natürlich auch die Inhaltsstoffe nur mit seinem Chefchemiker, Dr. Kurt Molli, besprochen hat. Und Morell hat auch nichts schriftlich hinterlassen. Pervitin, ein Aufputschmittel, das zu den sogenannten Amphetaminen gehört. Sie setzen an den Synapsen des Gehirns Botenstoffe frei, die Euphorie auslösen. Unter dem Namen Crystal Meth sind sie heute als gefährliche Partydroge bekannt. Im Zweiten Weltkrieg ist Pervitin in der Wehrmacht ein weit verbreitetes Mittel. Zum Beispiel, um Piloten die Angst vorm Einsatz zu nehmen. In Soldatenkreisen wird Pervitin auch Panzerschokolade genannt. Das konnte man auch überall sich zulegen. Das gab es sogar an Kiosken. Das gab es sogar mit Pervitin angereicherte Pralinen. Nahm auch Hitler regelmäßig Pervitin, also ein Amphetamin? In der US-Metropole Boston an der Tufts-Universität hat sich Professor Nassir Gahmi intensiv mit der Krankenakte Hitler beschäftigt. Es gibt eine Menge Hinweise darauf, dass Hitler Amphetamine schon in den 30er Jahren nahm. Sie kamen damals gerade auf den Markt und wurden häufig verschrieben. Sie waren das erste moderne Mittel gegen Depressionen. Nicht nur Hitler, auch Churchill und später Kennedy bekamen Amphetamine. Für Professor Gahmi ist der Amphetaminkonsum Hitlers nicht nur hochwahrscheinlich. In seinem Fall sei er auch sehr folgenreich gewesen. Denn bei Hitler trafen die Amphetamine seiner Meinung nach auf eine manisch-depressive Veranlagung, auch bipolare Störungen genannt. Das Problem ist nicht, dass Hitler Amphetamine bekam oder gar Amphetamine süchtig war, wie manche Leute behaupten. Das Problem ist, dass Hitler eine bipolare Störung hatte und die Amphetamine diese bipolare Störung verschlimmerten. Das ist die entscheidende und neue Erkenntnis. Und sie erklärt, warum Hitler sich in den 40er Jahren veränderte. Seit Beginn seiner Karriere wurde Hitler immer wieder verdächtigt, psychisch krank zu sein. Als Beleg galt unter anderem auch sein übersteigerter Gestus als Redner. Professor Gahmi aber beruft sich auf Zeugnisse vor Hitlers Eintritt in die Politik, aus seiner Jugendzeit im österreichischen Linz. Über sie hat Hitlers Jugendfreund August Kubizek nach dem Zweiten Weltkrieg Erinnerungen veröffentlicht. So beschreibt er ein Abendgespräch mit dem damals 20-jährigen Hitler. Adolf hatte sich in eine geradezu ekstatische Hingabe hineingeredet. Dann aber schilderte er die Zukunft, die Volldrohung und Gefahr blieb. Dabei kämpfte er offensichtlich mit den Tränen. Wenn man in einem Fachbuch den Begriff manisch-depressiv nachschlägt und Kubizeks Erinnerungen an den jungen Hitler daneben legt, liegt die Übereinstimmung auf der Hand. Für Gahmi eine Veranlagung mit historischen Folgen. Seit 1942 eschern alliierte Bomberflotten eine deutsche Großstadt nach der anderen ein. In der Bevölkerung wächst die Einsicht, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Eine Einsicht, die auch führende Militärs teilen. Hitler aber befiehlt Durchhalten um jeden Preis. Für Gahmi gibt es dafür auch eine medizinische Erklärung. Er war entweder tief deprimiert oder übertrieben optimistisch. Vor allem war er komplett unrealistisch, was die Wirklichkeit des Krieges betraf. Ich glaube, dass dieses ganze Hin und Her in den letzten Jahren des Krieges eine Folge der Wechselwirkung zwischen den Amphetaminen und der bipolaren Störung war. Historiker sind skeptisch. Kann man auf Kubizeks Buch wirklich herauslesen, dass Hitler manisch depressiv war? Bekannt ist, dass Kubizek seine Erinnerungen an Hitler nach dem Krieg noch einmal umgearbeitet hat. Er hat sich erst an ihn sehr positiv erinnert und dann musste er das Buch noch einmal umschreiben. Das heißt, es ist eine sehr disparate Erinnerung. Er hat versucht, das an den Zeitgeist anzupassen. Insofern halte ich das Buch für in der Sache nicht völlig unglaubwürdig. Aber Kubizeks Aussagen würden mir persönlich nicht ausreichen, um eine medizinische Diagnose zu stellen. Aber ich bin ja auch Historiker. Auch die zweite Grundlage von Garmis These, die Amphetaminabhängigkeit Hitlers, halten Experten für alles andere als sicher. In Morells Unterlagen findet sich nur ein wichtiger Hinweis vom 19. Dezember 1944. Da schreibt Morell also, was er Hitler appliziert hat und schreibt ein einziges Mal in seinem ganzen Tagebuch das Wort Pervitin. Das haben andere übernommen. Doch schrieb Morell an dieser Stelle überhaupt Pervitin? Das Wort ist mit Punkt abgekürzt. Professor Neumann vermutet eine Verwechslung. Es gab im Dritten Reich ein Präparat, das hieß Perandren. Das war ein 1937 zugelassenes Testosteronpropionat. Und also ein Hormon, ein Sexualhormon. Und das ist es gewesen. Das heißt Pervitin und nicht Pervitin. Sexualhormon statt Aufputschtroge? Tatsache ist, Hormone hat Morell Hitler häufig gespritzt. Darunter Orchikrin und Prostakrin, Substanzen, die er aus der Prostata junger Stiere herstellen ließ. Und Testoviron. Sie bewirkten im Grunde genommen auch eine Erkräftigung. Das Testosteron eine Stärkung der sexuellen Potenz. Da ist natürlich die Frage, ob Morell die im Auge hatte bei Hitler. Hitlers Freundin Eva Braun. 23 Jahre jünger als er. Lange heißt es, beide hätten nur eine platonische Beziehung gehabt. Doch dagegen spricht ein wichtiges Detail. Wir wissen es nicht ganz genau, weil wir keine Aufzeichnung darüber haben, was in Hitlers Schlafzimmer passiert ist. Aber es ist auffällig, dass diese Hormongaben damit zusammenfallen, mit den Aufenthalten, wo sich Eva Braun und Adolf Hitler treffen konnten. Das passt zusammen mit den Aufenthalten Eva Brauns in den jeweiligen Hauptquartieren. Es bleibt ihr Geheimnis. Die Insel Schwanenberger bei Berlin. Hier stehen die Villen von Reichen und Prominenten. Auch Theodor Morell kauft sich hier ein Anwesen. Finanziell geht es ihm glänzend, seit er Hitlers Leibarzt ist. Hitler hat ihn zum Professor ernannt, ohne Habilitation. Auf seinem Grundstück mit Blick auf den Wannsee kommen auch Hitlers geliebte Eva Braun und ihre Schwester zu Besuch. Und er hat sich wie alle anderen Größen des Dritten Reiches bereichert, wo es nur ging. Also er hat sich ein Pharmaimperium aufgebaut, hat Firmen gekauft und wollte damit wirklich Geld verdienen. In seinen Firmen in Tschechien und in der Ukraine lässt Morell Pillen für Hitler herstellen und Medikamente für die Wehrmacht. Im Krieg ein sicheres Geschäft. Für die Ostfront entwickelt er ein Läusepulver namens Russlar. Ein Wehrmachtsfilm wirbt dafür im rassistischen Ton der Zeit. Überall im Osten und Südosten Europas finden wir eine stark verlauste Bevölkerung, die eine ständige Gefahr für unsere Soldaten ist. Das Fleckfieber gehört zu den gefürchtetsten Kriegsseuchen, das sich bei Verlausung einer Truppe außerordentlich rasch ausbreitet und sehr viel Todesopfer fordert. Mit Russlar Puder, der einfach zwischen die Wäsche gestreut wird, hat man gute Erfolge erzielt. Nicht nur Morell, auch andere Ärzte profitieren von Hitlers Gunst. Karl Brandt, Hitlers Chirurg, ist tief in die Verbrechen des Regimes verstrickt. Hitler macht ihn zum Leiter des Euthanasie-Programms, bei dem über 100.000 psychisch Kranke ermordet werden. Ludwig Stumpfegger, Brandts Nachfolger, beteiligt sich an Versuchen mit KZ-Häftlingen. Auch Hugo Blaschke, Hitlers Zahnarzt, dient dem Regime in besonderer Weise. Auf die Spur führen Röntgenaufnahmen von Hitler, die sich in seiner Krankenakte finden. Sie lassen erkennen, warum Hitler ständig einen Zahnarzt brauchte. Die Krefelder Zahnärztin Dr. Deprem Hennen hat die Aufnahmen genau analysiert. Das sind Metallversorgungen, das heißt Kronen und Brücken, die Metall nennen. Die sind eben strahlundurchlässig, deshalb sieht man sie kompakt weiß. Als Hitler Blaschke kennengelernt hatte, hat er bereits sämtlich, also viele Zähne verloren. Er hatte im Oberkiefer sieben Zähne, eigene Zähne und im Unterkiefer zehn Zähne. Eigentlich hätte er schon eine herausnehmbare Prothese tragen müssen, aber er konnte sich nicht vorstellen, wollte sich nicht vorstellen, dass während einer Rede ihm die Prothese aus dem Mund fällt. Dr. Blaschke auf Hitlers Berghof, gefilmt von Eva Braun. Als oberster Zahnarzt der SS versorgt er die Entourage des Diktators. Das Gold für die Zahnfüllung bezieht er aus einer besonderen Quelle, wie ein geheimes Dokument belegt, aus den Zähnen verstorbener KZ-Häftlinge. Bis 1943 hat er 50 Kilogramm Gold angehäuft. 50.000 Gramm heißt das. Und für eine Krone benutzt man 1 bis 4 Gramm Gold. Und wenn man bei jeder Person oder jedem Menschen eine Brücke von drei Gliedern sich denken würde, würden das so um die 5.600, 5.700 Menschen, denen nach oder vor ihrem Tod die Zähne ausgerissen worden wären. Hitlers engster Mitarbeiter Martin Bormann wird von Blaschke mit dem Zahngold versorgt, wie eine Rechnung belegt. Auch Hitlers Sekretärin Christa Schröder erhält Kronen aus Blaschkes Blutgold. Für Hitler selbst sind solche Dokumente nicht überliefert. Wohl auch, weil er in diesem Zeitraum keine neuen Kronen brauchte. Im Juni 1944 landen die Alliierten in der Normandie. Ab jetzt muss die Wehrmacht in Europa an drei Fronten kämpfen. Auch in Italien und an der Ostfront sind die Alliierten auf dem Vormarsch. Im Juli 1944 kehrt Hitler zurück in die Wolfsschanze. Trotz aussichtsloser Lage will er weiter kämpfen. Jetzt ist es für die militärischen Verschwörer 5 vor 12, um den Diktator zu beseitigen. Ausgerechnet hier, im streng abgeschirmten Sicherheitsbereich, muss es erfolgen. Das Attentat. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Der Umsturz misslingt. Viele Verschwörer müssen ihren Mut mit dem Leben bezahlen. Wenige Stunden nach dem Attentat empfängt Hitler Mussolini. Die Bilder für die Wochenschau sollen signalisieren, dem Kriegsherrn geht es gut. Er hatte natürlich multiple Splitterverletzungen am Körper, die alle entfernt werden mussten, hauptsächlich Holzsplitter. Und er hatte auch Hämatome, also Blutergüsse an Beinen und dem Unterarm und Brandblasen an den Händen. Und dann hatte er die Verletzungen im Gesicht, also hauptsächlich im Ohrbereich. Die Trommelfälle waren ihm ja gerissen. Und das waren ungefähr seine Verletzungen. Er war im Grunde genommen von allen Verletzten, der am wenigsten verletzte. Hitler hält es für Vorsehung. Vier Offiziere sind beim Attentat gestorben, neun wurden schwer verletzt. Krankenbesuch bei den Verletzten im Lazaret Rastenburg. Auf den Filmaufnahmen deutlich zu sehen, ist auch Hitlers Ohrverletzung. Die Ohren schmerzen stark und müssen behandelt werden. Beauftragt wird der Leiter der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung des Lazaretts, Dr. Erwin Giesing. In Hitlers Krankenakte finden sich Röntgenbilder und Unterlagen von Dr. Giesing. Für die Offiziere der US-Armee, die ihn nach dem Krieg verhört haben, hat Giesing seine Behandlung Hitlers ausführlich geschildert. Giesing konstatiert. Beide Trommelfälle zerrissen, rechts viel Blut im Gehörgang. Als sich bei Hitler zusätzlich eine Entzündung einstellt, lässt Giesing am 19. September 1944 Röntgenaufnahmen machen. Das Ergebnis ist eindeutig. Wenn Sie mal genau hinsehen, dann sehen Sie, dass die linke Kieferhöhle im Vergleich zur rechten weniger belüftet ist. Also belüftet ist das, was hier im Röntgenbild dunkel erscheint. Wenn man diese beiden Nebenhöhlen, die beiden Kieferhöhlen, miteinander vergleicht, ist unschwer zu erkennen, dass die linke Kieferhöhle im unteren Bereich von chronisch veränderter Schleimhaut gekennzeichnet ist. Und das spricht also für eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Eigentlich nicht weiter erwähnenswert wäre da nicht Giesings Bericht. Gegen die Nebenhöhlenentzündung pinselt Dr. Giesing Hitlers Nase mit einer kokainhaltigen Lösung. Das soll die Schleimhaut abschwellen und die Kopfschmerzen lindern. Hatte das Präparat noch eine andere Wirkung? Hitler habe vom Kokain gar nicht genug bekommen können, schreibt Giesing. Seitdem kursiert das Gerücht vom kokainsüchtigen Diktator. Hitler? Ein Junkie? Diese Nasentropfen mit Kokain waren medizinisch indiziert. Also es war ein ganz übliches, normales Heilmittel, was man in jeder Apotheke kaufen konnte. Giesing behandelt Hitler nur zehn Wochen lang. Auch das spricht nicht für eine Sucht. Wenn Hitler kokainabhängig gewesen wäre, hätte er ja mit Sicherheit einen anderen Arzt bestimmt, die Pinselung weiterzumachen, wenn ich abhängig bin. Und das ist aber nicht passiert. Während seiner Behandlung fällt Giesing bei Hitler noch etwas anderes auf. Eine unnatürliche gelbe Gesichtsfarbe. Giesing glaubt, sie komme von den Pillen, die Hitler vor jedem Essen gegen seine Blähungen schluckt. Die sogenannten Antigaspillen. Heimlich nimmt Giesing einige der schwarzen Kügelchen an sich, um die Inhaltsstoffe zu prüfen. Das Ergebnis schockiert ihn. Die Pillen enthalten eine Substanz, die auch als Rattengift verwendet wird. Strichnin. Der Strichnin wirkt in geringen Dosen erregend, führt in geringen Dosen zu krankanfällen und schließlich auch zum Tod. Giesing weiht Karl Brandt ein, Hitlers Chirurg. Der ist wie elektrisiert. Schon lange misstraut er Morell. Die Begleitärzte waren Chirurgen. Sie wussten mit biochemischen oder mit chemischen Formeln wenig anzufangen. Sie haben nur gesehen Strichnin. Aha, Vorsicht, Morell vergiftet Hitler. Brandt unterrichtet Hitler. Alle seine Beschwerden seien auf Morells Pillen zurückzuführen, sagt Brandt. Wie wird Hitler reagieren? In den Tagen der Auseinandersetzung mit den anderen Ärzten erleidet Morell einen Schlaganfall. Doch Hitler stellt sich schützend vor seinen Leibarzt. Befriedigt notiert Morell kurz darauf Hitlers Resümee. Zitat. Dass diese Blödels sich dabei gar nicht überlegt haben, was sie dadurch mir angetan hätten. Sie mussten doch wissen, dass sie mir in den acht Jahren schon mehrfach das Leben gerettet haben. Und wie ging es mir zuvor? Alle Ärzte, die herangeschleppt wurden, versagten. Brandt wird im Oktober 1944 als Begleitarzt entlassen. Auch Giesing muss gehen. Morell bleibt. Doch hatten Morells Kritiker Unrecht mit ihrem Verdacht. Wir haben es dann nachgerechnet. Die Menge eines Strychnin, Hitler hätte Tausende von diesen Pillen schlucken müssen, um sich in irgendeiner Weise zu gefährden oder zu vergiften. Morell hat Hitler nicht vergiftet, mit keinem seiner Medikamente. Doch Hitlers gefährlichste Krankheit erkennt er erst spät. März 1945. Die Rote Armee steht an der Oder, nur noch 80 Kilometer vor Berlin. Der Untergang von Hitlers Reich ist nur noch eine Frage von Wochen. Der Diktator hat sein letztes Hauptquartier in Berlin aufgeschlagen, in einem Bunker im Garten der Reichskanzlei. Hier entstehen die letzten Aufnahmen für die Wochenschau. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Acksmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben. Die Propaganda zeigt noch immer Durchhaltebilder. Ungewollt dokumentiert die Wochenschau dabei Hitlers Verfall. Doch die wichtigste Szene wird von der Zensur herausgeschnitten. Nur durch Zufall blieb sie erhalten und wurde erst in den 70er Jahren in einer ehemaligen Kopieranstalt der Wochenschau wiederentdeckt. Die herausgeschnittenen Bilder zeigen eine ständig zitternde linke Hand. Ein Tremor, wie die Experten sagen. Auf diesem Bild wird Hitlers Tremor natürlich sehr deutlich. Also Hitler hatte schon 1941 einen feinschlägigen Tremor. Auf diesem Bild sehen wir aber eine Form, die man als grob schlägig bezeichnet und die eine der letzten Aufnahmen von Hitler ist. Mit einem ausgeprägten Tremor. In anderen Wochen Schauszene aus der gleichen Zeit. Sie ist der Zensur entgangen. Heute weiß man, Hitler hatte Parkinson. Eine Erkrankung des Gehirns, die zu Bewegungsstörungen führt. Typisch ist auch ein gebeugter Rücken. Deutlich zu erkennen ist seine Haltungsanomalie, die sich im Laufe der Parkinson-Jahre bei ihm herausgebildet hat. Ein Vergleich von Wochenschaufilmen macht deutlich, wie die Krankheit fortgeschritten ist. Links, 1940, zeigt Hitler die Körperhaltung eines noch Gesunden, aufrecht und agil. Rechts, 1944, die typischen Krankheitszeichen. Morell hat das Händezittern bei Hitler erstmals im August 1941 festgestellt. Die Ursache erkennt er nicht. Weder er noch ein anderer Arzt in Hitlers Umfeld. Morell glaubt, das Zittern komme von der nervlichen Beanspruchung. Erst im April 1945 stellt er die richtige Diagnose. Schüttellähmung, wie Parkinson auch genannt wird. Wenn Parkinson weiter fortschreitet, wird auch das Denken beeinträchtigt. Erinnerung, Konzentration und Urteilsfähigkeit lassen nach. War das bei Hitler der Fall? Zeitzeugen zufolge hatte er bis zuletzt ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Hitler war nie desorientiert über Zeit und Raum. Er war völlig Herr seiner Sinne. Er wusste nach wie vor auf den Generalstabskarten, wo welche Einheiten sich befanden. Er hat in Lagevorträgen zugehört. Er hat Entscheidungen gefällt. Er hat Personalentscheidungen gefällt. Und er war Herr seiner Sinne. Im April erreichen die ersten russischen Einheiten Berlin. Straße um Straße rückt die Rote Armee vor. In Richtung Reichskanzlei. Als alle Entsatzversuche scheitern, fasst Hitler im Bunker den Entschluss, sich umzubringen. Am 21. April entlässt er seinen Leibarzt. Für ihn gibt es nichts mehr zu tun. Die letzten Spritzen kann er Hitler schon nicht mehr selbst geben. Das erledigt ein anderer Arzt. Denn nach mehreren Schlaganfällen ist Morell inzwischen kranker als sein Patient. Mit einem der letzten Flugzeuge wird Morell aus der umkämpften Stadt geflogen. Er überlebt das Kriegsende und stirbt drei Jahre später in Bayern. Er hat Hitler weit mehr Medikamente verabreicht, als medizinisch zulässig war. Doch Vorwürfe, er habe Hitler damit psychisch krank gemacht, sind unbegründet. Bis zuletzt ist der Diktator im Besitz seiner geistigen Kräfte. 48 Stunden vor seinem Tod hat er ja sein Testament diktiert. Hell und wach wie immer. Seine Denkabläufe waren ungestört. Seine geistige Leistungsfähigkeit war es auch. Hitlers Krankenakte. Sie liefert Hinweise für ungewöhnlich viele Medikamente, die er nahm, und für zahlreiche Beschwerden. Aber keine Beweise für eine psychische Erkrankung oder Drogensucht. Hitlers einzig gesicherte ernsthafte Krankheit war Parkinson. Auf seine militärischen und politischen Entscheidungen hatte Hitlers Gesundheitszustand keinen Einfluss. Wer dafür eine Erklärung in Hitlers Krankenakte sucht, der sucht vergeblich. Der Krieg wurde nicht geführt und die Juden wurden nicht vernichtet, weil Hitler krank war, sondern weil die meisten Deutschen seinen Entscheidungen folgten. Hitler wusste immer, was er tat. Bis zum Schluss war er voll zurechnungsfähig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017